Hi, ich bin David und willkommen zu einem neuen Video von Bußgeldkatalog.org. In diesem Video erkläre ich euch, worauf ihr beim Autofahren im Herbst achten müsst. Was ist bei Nebel zu beachten? Wie verhaltet ihr euch bei rutschigen Straßen richtig? Und worauf solltet ihr sonst noch achten, wenn ihr im Herbst mit dem Auto unterwegs seid? Was ist bei Nebel zu beachten? Beim Herbstspaziergang mag Nebel ein toller Anblick sein. Beim Autofahren jedoch ist er eher hinderlich. Der Nebel kann eure Sicht stark beeinträchtigen und das kann im Straßenverkehr ziemlich gefährlich werden. Darum hat die Straßenverkehrsordnung ein paar Regeln festgelegt, wie ihr euch als Fahrzeugführer bei Nebel zu verhalten habt. Zunächst einmal müsst ihr euer Abblendlicht einschalten. Wahlweise könnt ihr bei erheblicher Sichtbehinderung auch eure Nebelscheinwerfer nutzen. Das ist aber nicht verpflichtend. Beträgt die Sichtweite aufgrund von Nebel zudem weniger als 50 Meter, dürft ihr nicht schneller als 50 Stundenkilometer fahren. Denkt dabei daran, dass ihr immer nur so schnell fahren dürft, dass ihr im Notfall noch innerhalb des für euch sichtbaren Bereichs anhalten könnt. Seid ihr dann obendrein mit einem Fahrzeug unterwegs, dessen zulässige Gesamtmasse mehr als 7,5 Tonnen beträgt, gilt für euch außerdem ein striktes Überholverbot. Habt ihr eine Nebelschlussleuchte, dürft ihr sie bei einer Sichtweite von weniger als 50 Metern einschalten. Aber auch das ist keine Pflicht. Was ihr bei Nebel hingegen nicht nutzen solltet, sind euer Tagfahrlicht und das Fernlicht. Das Tagfahrlicht ist nämlich einfach zu schwach und bei Nebel daher ziemlich nutzlos. Das Fernlicht wiederum wird von den Wasserteilchen im Nebel reflektiert und zu euch zurückgeworfen. Dadurch blendet ihr euch selbst. Also merkt euch, bei Nebel sind nur das Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer wirklich von Nutzen. Wie verhalte ich mich bei rutschigen Straßen? Im Herbst kommt jede Menge Regen runter und das erhöht die Gefahr des Aquaplanings. Damit ist gemeint, dass eure Reifen aufgrund der Wassermassen den Kontakt zur Fahrbahn verlieren und euer Auto deshalb ins Rutschen gerät. Die Gefahr von Aquaplaning besteht immer dann, wenn das Wasser auf der Straße nicht schnell genug ablaufen kann. Grundsätzlich kann dies überall geschehen, aber vor allem in Senken, Spurrillen und Unterführungen besteht ein erhöhtes Risiko. Passt an solchen Stellen also besonders auf und reduziert bei Nässe eure Geschwindigkeit. Bei Spurrillen solltet ihr zudem darauf achten, versetzt zu diesen zu fahren. Und ganz wichtig, achtet darauf, dass eure Reifen genügend Profil haben, denn dadurch verringert ihr die Gefahr von Aquaplaning. Sollte es euch trotzdem passieren, dass Aquaplaning auftritt, verhaltet euch folgendermaßen. Nehmt den Fuß vom Gaspedal, vollführt keine Lenk- oder Bremsmanöver und lasst euer Fahrzeug langsam ausrollen, bis der Reifen wieder Kontakt zur Fahrbahn hat. Aber nicht nur Wasser kann die Fahrbahn rutschig machen. Auch auf nassem Laub besteht die Gefahr einer unfreiwilligen Rutschpartie. Darum solltet ihr auch hier eure Geschwindigkeit reduzieren. Obendrein können die Blätter Unebenheiten und Markierungen auf der Fahrbahn verdecken. Darum gilt, seid ihr auf einer euch fremden Straße unterwegs, die mit Laub bedeckt ist, solltet ihr mit erhöhter Aufmerksamkeit fahren und das Gaspedal lieber nicht zu sehr durchdrücken. Worauf ist im Herbst sonst noch zu achten? Die Themen Nebel und Nässe haben wir nun geklärt. Doch der Herbst hat noch ein paar mehr Besonderheiten zu bieten, auf die ihr euch beim Autofahren einstellen solltet. So kommt es zum Beispiel im Herbst verstärkt zu Wildwechseln. Das Futter auf den Feldern wird knapper und die Tiere gehen häufiger auf Wanderschaft. Dadurch erhöht sich natürlich die Gefahr von Wildunfällen. Deshalb solltet ihr vor allem bei Überlandfahrten im Herbst wachsam sein. Mehr zum Thema Wildunfall erfahrt ihr übrigens in diesem Video. Nicht nur die Wildwechsel nehmen im Herbst zu, sondern auch die Stürme. Starke Winde können dazu führen, dass ihr die Kontrolle über euer Fahrzeug verliert und sich das Unfallrisiko erhöht. Im Idealfall solltet ihr das Fahren im Sturm deshalb ganz vermeiden. Ist das nicht möglich, haben wir hier einige Tipps für euch. Reduziert eure Geschwindigkeit. Je schneller ihr unterwegs seid, umso wahrscheinlicher ist es, dass ihr bei starkem Wind die Kontrolle über euer Auto verliert. Fahrt ihr hinter einem Bus oder Lkw, solltet ihr außerdem das Überholen vermeiden. Verlasst ihr nämlich den Windschatten des größeren Fahrzeugs, kann es euch während eines Sturms passieren, dass ihr von einer starken Windböe erfasst werdet und ins Schlingern geratet. Und ganz wichtig, meidet Waldgebiete, Alleen und überhaupt alle Gebiete mit vielen Bäumen. Bei Sturm besteht nämlich ein erhöhtes Risiko, dass ein Ast herunterfällt und euer Auto beschädigt. Vermeidet es deshalb auch, während eines Sturms unter Bäumen zu parken. Freut ihr euch schon auf das Fahren durch den goldenen Herbst? Was gefällt euch am besten daran? Erzählt es uns einfach in den Kommentaren. Vergesst außerdem nicht, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org